Bitte nicht! Maul! Maul! Hab ich jetzt schon ziemlich gut drauf, ne? Dieses, äh... Nicoranisch da... Ah... Nicoranisch, Alter! Oh, Gandalf, servus! Bist wieder da, ja? Was hast du denn gekauft? Bin überhaupt nicht neugierig heute... ETS2 wahrscheinlich... Alter! Du musst 19 Euro kaufen, dass du 4,49 gewinnen kannst! Gandalf, tipp, mach dir gleich auf drei Accounts, dass du noch mal höhere Shocks zukommst! Okay, ähm... Ihr seid jetzt ein Zaufhemden, ne? Ja... Ja... Ach, das kann man ja richtig... Aaaaah... Das kann man ja richtig, äh... So, André, jetzt muss ich dich ordnen hier! Nervst! Warum? Du bist laut! Maul! Maul! Du kannst mich auch leiser stellen... Hab ich jetzt so! Ja, ja... Du hast zwar auf 20 Dezibel! Wie kann ich doch nicht spüren! Ich wundere mich hier in dieser Zeit, warum der so laut ist, der Kerl! Aaaaah... 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 Aaaa... Aaaa... Aaaaah... Aaaa... Aaaa... So, ich sag euch jetzt wo ich bin und hört genau zu wo ich bin, ne? Weil ich schon raus bin aus der Scheiße Ich hab dir den Schleich weggenommen, ne? Ja, ich sag's trotzdem schon mal Ja, ich bin nur tot Ach, du fahrst nicht mit oder das? Nein, ich fahr jetzt nach dem Singleplayer jetzt Oh, das darf nicht wahr sein Ja, du bist das schlimme Vitrinchen Drück weiter, also guck mal auf der Autobahn, das ist doch die 27, ne? Und links daneben ist so eine Landstraße, da bin ich drauf War Landstraße Was passt auf da? 27, links daneben ist eine Landstraße, da bin ich Okay Ja, dann holen wir uns, äh, was hast du jetzt für einen Auftrag genommen? Wir nach Deutschland oder was? Nach Swensea 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 Swensea, genau, ist da oben So, brav, wie meinst du, wir kriegen heute die 23 Follower? Denk ich nicht Und das war jetzt dann auch, wir müssen in Cardiff anhalten, ne? Und in Swensea und in Birmingham halt Weil es gibt sehr viele Leute, die halt auch echt erst machen, ne? Ja, das ist ja, das ja Aber die meisten sind Amerikaner, die Amerikaner Ach, scheiße Nimmst du das? Nimmst du das einfach? Nein, bin ich blöd? Wir sind die Sauersenden Ach so? Was hab ich denn da für Scheiße angedrückt hier? Hehehehe Jetzt helft sie mir heute mal auch So, jetzt kommt ihr jetzt oder kann ich weiterfahren? Ne, 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 nach Swensea hab ich was, genau, nach Swensea Passt schon Ne, genau, genau Ja Ah, ja Für was braucht man 7 Accounts bei Twitch? Für andere Um, äh, keine Ahnung Um die Kanal zu poschen Also was mir aufgefallen ist beim Multiplayer, ne? Ja, das ist irgendwie die Sau, wenn man gebannt wird, machen wir den nächsten Accounts, ne? Ne, der Niko, der, äh, der Gandalf, der ist doch, äh, Hansan, äh Glaube ich Ich stoff der André eben für, für 600 Sekunden, äh, Bann Ja, ich bin, ich bin schon dran, äh Du willst um 3 Uhr ins Nest? Ich glaube ich Ich glaube ich Äh, nicht zu früh Ist viel zu früh ich will mein Schlafrhythmus behalten Mei, oh, mei, oh, mei Haben wir schon wieder ein Weichei erwischt, ne? Sozusagen Ey, sag nicht Weichei, dann mach ich wirklich 24 Stunden am Stück, Alter Ja, Schei, das möcht' ich hören Gut, nächstes Wochenende von mir aus Ganz am Ne, ich bin schon alt und gebrechlich, Alter In der Woche würde ich wirklich 2 bis 3 pennen gehen, das ist dann höchstens 4 und 1 geschlafen, wenn ich nicht aufwache Ey, wer hat das gestern gesagt mit dem, mit dem einen Twitcher, der was am, am, äh, am, am Stuhl eingeschlafen ist, unter dem, unter dem Stream? Hehehe Wer war ich? Ja, du warst es Der war ein Amerikaner, der ist zwar ums Stuhl eingepennt, der hat gepennt und der hat dabei geschmieden Ach Geil Gut, guck mal 35 Leute waren online Na komm, mal sehen wir Boah Oh, der war gut gehalten, der Leckner Marsch, hey Ich wollte das bei echt Der muss aber Mittagsruhe gehalten haben, der Berlin war klar Ich würde mal gerne wissen, wie das ist, wenn man schläft, ne Wie oft man sich dann wirklich dreht im Schlaf, dann bräuchte ich mal so eine Kamera, müsste man eine GoPro bei mir aufgeben Äh, ungefähr, ungefähr an die 40 Mal Äh, mehrmals hab ich gehört Ja Ich hoffe schon, äh, voll die Dreh, äh, Wunden, also Ich bin mal, ich bin mal auf meinen Arm aufgewacht, da hab ich die ganzen, äh, ganze Woche lang nur mit den Armen Probleme Das ist doch normal, ne Ne, bei mir ist das so, ich hab bei der, äh, rechten Hand, hab ich, äh, Probleme mit, ähm, ja, also durch den Arbeitsunfall, äh, Sehnen anderes und, ähm, Discos anderes Und, der ist jetzt eigentlich gut verheilt und, äh, drei Wochen später, also wie das verheilt war, hab ich mir an der linken Hand, äh, an die Siebmaschine von uns in der Arbeit gestoßen Und war taub, aber nicht die ganze Hand, sondern, äh, ähm, es gibt beim Älterbogen sowas wie, wie den Ulnaris-Nerv, ja, und der Ulnaris-Nerv ist der Nerv, wenn es die irgendwo abstürzt, dass das dann irgendwann einmal entweder einen elektrischen Schlag dir gibt, so ungefähr Oder, äh, wenn es die irgendwie stoßt, elektrischen Schlag, oder, oder, wenn es die abstürzt und die Handbisse ist so ein bisschen, ähm, der, der Ringfinger wird halbetaub und der kleine Finger Ich hab mir damals, wo ich wirklich klein war, mit 12 oder so, haben wir immer so einen Raupenbagger gespielt, ja, da hab ich... Ben da! Wer hat hier die, 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 die Schlampenlampen an? Der Niko! Niko, mach deine Schlampenlampen aus! Ja, wirklich, der war immer so an so einem Raupenbagger halt, ne? Oh, mein Freund hat mir so die Tür zugeschlagen, also, ich hatte noch einen Finger dazwischen Das hatte ich mal bei meinem Onkel, da war ich klein, da hatte ich einen Finger, dann ging die Kofferraumtür zu, und... Ja, seitdem, seitdem, wenn ich jetzt meinen Finger bewege, knack der Finger immer, haha Hat's wehgetan Ja, das war eine ordentliche blaue Runde, oder wo ich mich am Beil stimmte, da war ich jetzt eine Runde... Äh... ...und nur sechs Zentimeter lang, ne? Da haben sie mir jetzt einen fetten Gips probiert, wo sie durch die Krücken laufen Aha Das war schön Dann küsst du mal lang Und das ist vorbei Mhm Eine Woche lang in der Schule mit so einem scheiß Gips, Alter, und dem Knochen Ah Mehrere Energydrinks Ich hab meine größeren, äh, Krankheiten oder Unfälle immer in die Ferien aufgespannt, ich hab immer diese in die Ferien, ey Niko, welche, äh, Energydrinks trinkst du, so eher Red Bull oder so, eher diese, diese billigeren Sachen, so, die Discounter-Sachen Also, ich empfehle nur Monster, das ist das beste Energy, was ich... Nee, Monster mag ich nicht, ich mag Rockstar mit so... Doch, der schöne Monster ist das herrlichste und beste... Nee, hab ich einmal probiert, hab ich einmal probiert, schmeckt mir nicht... Nee, der hat einen anderen Geschmack halt, also... Monster... mit T, ne? Ja... Ja... Nee... Mo... Ja doch... Nehme D, weißt du, Monster... M-O-N-S-T-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E... Oder vorher gemacht... Ok, Leute, äh, ich glaub, ich, ich hau jetzt dann gleich als, als nächste Musik... Äh, mein eigenen Mix rein... Ich hatte so Bock auf 7 heute, gleich 7 Stunden... Weil... Weil... Nächste 2 Wochen nix machen... Weil, Mashups, das kann ja jeder, ne? Genau... Spiele immer eigene Sachen zur Feier des Tages hier... Schau mal... 7 Stunden reichen... Das ist, dann nachher die Schnatter voll... Naja, mein Mix geht 8 Stunden... Hehehehe... Den musst du auch noch durchspielen lassen, ne? So ist es nicht... Hehehehe... Ich glaub, ich werd nachher Penn gehen und lass die Rotterdam-Kamera bei mir laufen... Alter, das ist alles so Länge... Ich brauch... Ich brauch... Ich brauch... Ja... Ah, ist schon besser... Stunden lang... Einen Follower hab ich nicht... Äh, ich hab jetzt schon... Zwei... Das ganze 2 für... Gestern war's lustig, auf einmal hab ich 15 Leute irgendwie auf dem Stream gehabt... Und, äh, du wärst lachen, es waren 6 Leute von mir, also von Landshut, ne? Die, was hier extra einen Account gemacht haben für Twitch... Hehehe... Das wir zuschauen können, aber kein Follower-Vondell... Wie kann ich das einstellen, damit ich andere Stream abgreife? Hä? Ich kann das einstellen, wenn ich jetzt auf meinem Kanal einen anderen Stream laufen lassen will... Ein Stream? Weiß ich nicht... Keine Ahnung... Abfilmen... Äh... Dieses... Mit der... Wiederverschließbaren Dose... Dann... Rockstar... Bin ich absoluter Fan davon... Von dem Blauen... Also dem Blueberry... Und diesen... Apple Juice... Ähm... Und Monster... Wie gesagt... Also hab ich das Grüne probiert... Am Anfang hat's geschmeckt... Die zweite Flasche war... Äh... Zweite Flasche sag ich schon... Ähm... Zweite Dose... Ich hab mich gekotzt so eklig... Alter! Wo bist du lang? Links oder rechts? Ego... Irgendwie alle... Ego... Ja, das ist komisch... Äh... Red Bull ist gut... Monster ist... Bro... Oh... Fuck... Verbremst... So... Ich hab mich ein bisschen verbremst... Ich dachte... Ich hab noch eine Schaltung an... Aber... Automatik an... Heute hat man den FV-16 bei mir... Der draußen fährt schon wieder... Alter lang... Aber ich komm jetzt von links her... Hahahaha... Aber wenn er immer so lang braucht hier... Ich muss eh links runter... Oh Gott, ich muss schon wieder... Aaaa... 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 Aaaaaa... Ah yes... Kann sich nicht mehr gut hören oder... Ne, dann liegt gerade ein dickes Rohr hier auf Anhänge... Klar, ja... Fettes Rohr, dann kannst du sogar zwischendurch gucken, Alter... Fettes, fettes, fettes Rohr. Äh, das ist doch dieser Penisersatz, oder, Nico? Ja, was glaubst du denn, Alter? Ich hab ein dickes fettes Rohr, das will ich nur noch mal vorfügen. Oh, Alter, wo fährst du denn hier hin? Oh, oh. Jetzt haben wir ein Problem. Warte mal, ich komm da doch rauf. Ich komm rauf, ich komm rauf. Jawoll. So viel zum Thema Abkürzung, ne, ETS 2. So, bessere Musik. Ähm. Wollen wir dich an, Faye, ne, Schrobi? Hä? Ich hab hier 5, 5 Paysafe Cards liegen, ne? Ihr Geh, ihr Verletzten sind 5 Cent drauf. Also ganz ehrlich, ich halt von denen die Paysafe Cards nix, weil... Ich bin aber sicher. Was heißt sie? Ja, mit 16 jetzt hab ich mir Kontocard gemacht. Soll ich dir eine Geschichte erzählen, was Paysafe Cards angeht? Machen. Ich hab noch nie Probleme damit gehabt. Nein, aber mir sind welche gekauft worden, obwohl ich keine gekauft hab. Ja, dann hast du irgendwie, keine Ahnung. Ja, also folgendes. Ähm, ich habe... Ja, also, äh, ich, ich habe einfach, äh, 700 Euro bemerkt, die was mal abgehen, auf dem Konto. Ja? Aha. So, äh, dann stand irgendwie da, auf Ebay, obwohl mein Ebay-Name nicht bravi78 ist, sondern anders lautet, ja, und ich hab auch keinen zweiten Account, hat dieser sich sogar bedankt über den Kauf von zwei Karten in Wert von 700 Euro. Ja? Ja? Das geht, das geht gar nicht. Doch, der hat mein PayPal, der hat mein PayPal-Konto, äh, gehackt. 25, 25, und habe keine Ahnung was. Doch, jetzt, jetzt... Nein, das funktioniert nicht. Äh, äh. Hallo, jetzt hör mir mal zu, ich, ich, hör mir zu, 350 Euro und, doch, jetzt ohne Schmarrn. Okay. Zweimal 350 Euro, Paysafe-Karten. Und musst du das jetzt bezahlen, oder wie ist das gewesen? Jetzt, pass auf. Äh, ich hab dann bei PayPal, hab ich einen Missabstatt.